Friedrich Nietzsche Menschliches, allzu Menschliches Ein Buch für freie Geister Erster Band Vorrede Erstens Es ist mir oft genug und immer mit großem Befremden ausgedrückt worden, dass es etwas Gemeinsames und Auszeichnendes an all meinen Schriften gäbe, von der Geburt der Tragödie an bis zum letzten veröffentlichten Vorspiel einer Philosophie der Zukunft. Sie enthielten allesamt, hat man mir gesagt, Schlingen und Netze für unvorsichtige Vögel und beinahe eine beständige, unvermerkte Aufforderung zur Umkehrung gewohnter Wertschätzungen und geschätzter Gewohnheiten. Wie? Alles nur menschlich allzu menschlich? Mit diesem Seufzer komme man aus meinen Schriften heraus, nicht ohne eine Art Scheu und Misstrauen selbst gegen die Moral, ja nicht übel versucht und ermutigt, einmal den Fürsprecher der schlimmsten Dinge zu machen, wie es ob sie vielleicht nur die Bestverleumdeten seien? Man hat meine Schriften eine Schule des Verdachts genannt, noch mehr der Verachtung, glücklicherweise auch des Mutes, ja der Verwegenheit. In der Tat, ich glaube nicht, dass jemals jemand mit einem gleichtiefen Verdachte in die Welt gesehen hat und nicht nur als gelegentlicher Anwalt des Teufels, sondern ebenso sehr, theologisch zu reden, als Feind und Vorforderer Gottes. Und wer etwas von den Folgen errät, die in jedem tiefen Verdachte liegen, etwas von den Frösten und Ängsten der Vereinsamung, zu denen jene unbedingte Verschiedenheit des Blickes den mit ihr Behafteten verurteilt, wird auch verstehen, wie oft ich zur Erholung von mir, gleichsam zum zeitweiligen Selbstvergessen, irgendwo unterzutreten suchte, in irgendeiner Verehrung oder Feindschaft oder Wissenschaftlichkeit oder Leichtfertigkeit oder Dummheit. Auch warum ich, wo ich nicht fand, was ich brauchte, es mir künstlich erzwingen, zurechtfälschen, zurechtdichten musste. Und was haben Dichter je anderes getan? Und wozu wäre alle Kunst in der Welt da? Was ich aber immer wieder am nötigsten brauchte, zu meiner Kur und Selbstwiederherstellung, das war der Glaube, nicht der Gestalt, einzeln zu sein, einzeln zu sehen. Ein zauberhafter Argwohnen von Verwandtschaft und Gleichheit in Auge und Begierde, ein Ausruhen in Vertrauen der Freundschaft, eine Blindheit zu Zweien ohne Verdacht und Fragezeichen, ein Genuss an Vordergründen, Oberflächen, Nahem, Nächsten, an allem, was Farbe, Haut, Scheinbarkeit hat. Vielleicht, dass man mir in diesem betrachte manchelei Kunst, mancherlei feinere Falschmünzerei vorrücken könnte. Zum Beispiel, dass ich wissentlich willentlich die Augen vor Schopenhauers blindem Willen zur Moral zugemacht hätte, zu einer Zeit, wo ich über Moral schon hellsichtig genug war. Insgleichen, dass ich mich über Richard Wagners unheilbare Romantik betrogen hätte, wie als ob sie ein Anfang und nicht ein Ende sei. Insgleichen über die Griechen, insgleichen über die Deutschen und ihre Zukunft. Und es gäbe vielleicht noch eine ganze lange Liste solcher Insgleichen. Gesetzt aber, dies alles wäre wahr und mit gutem Grund mir vorgerückt, was wisst ihr davon? Was könntet ihr davon wissen, wie viel List der Selbsterhaltung, wie viel Vernunft und höhere Obhut in solchen Selbstbetrugen enthalten ist und wie viel Falschheit mir noch Not tut, damit ich mir immer wieder den Luxus meiner Wahrhaftigkeit gestatten darf? Genug, ich lebe noch. Und das Leben ist nun einmal nicht von der Moral aus gedacht. Es will Täuschung, es lebt von der Täuschung. Aber nicht wahr, da beginne ich bereits wieder und tue, was ich immer getan habe. Ich alter Immoralist und Vogelsteller und rede unmoralisch, außermoralisch, jenseits von Gut und Böse. 2. So habe ich denn einstmals, als ich es nötig hatte, mir auch die freien Geister erfunden, denen dieses schwermutig-mutige Buch mit dem Titel »Menschliches, allzu Menschliches« gewidmet ist. Dergleichen freie Geister gibt es nicht, gab es nicht. Aber ich hatte sie damals, wie gesagt, zur Gesellschaft nötig, um guter Dinge zu bleiben inmitten schlimmerer Dinge, Krankheit, Vereinsamung, Fremde, Acedia, Untätigkeit, als tapfere Gesellen und Gespenster, mit denen man schwätzt und lacht, wenn man Lust hat, zu schwätzen und zu lachen, und die man zum Teufel schickt, wenn sie langweilig werden, als einen Schadenersatz für mangelnde Freunde. Dass es dergleichen freie Geister einmal geben könnte, dass unser Europa unter seinen Söhnen von Morgen und Übermorgen solche muntere und verwegene Gesellen haben wird, leibhaft und handgreiflich und nicht nur, wie in meinem Falle, als Schemen- und Einsiedlerschatten spiel, daran möchte ich am wenigsten zweifeln. Ich sehe sie bereits kommen, langsam, langsam. Und vielleicht tue ich etwas, um ihr Kommen zu beschleunigen, wenn ich zum Voraus beschreibe, unter welchen Schicksalen ich sie entstehen, auf welchen Wegen ich sie kommen sehe. 3. Man darf vermuten, dass ein Geist, in dem der Typus freier Geist, einmal bis zur Vollkommenheit reif und süß werden soll, sein entscheidendes Ereignis in einer großen Loslösung gehabt hat, und dass er vorher umso mehr ein gebundener Geist war und für immer an seine Ecke und Säule gefesselt schien. Das bedeutet am festesten. Welche Stricke sind beinahe unzerreißbar? Bei Menschen einer hohen und ausgesuchten Art werden es die Pflichten sein. Jene Ehrfurcht, wie sie der Tugend eignet, jene Scheu und Zartheit vor allem altverehrten und würdigen, jene Dankbarkeit für den Boden, aus dem sie wuchsen, für die Hand, die sie führte, für das Heiligtum, wo sie anbeten lernten. Ihre höchsten Augenblicke selbst werden sie am festesten binden, am dauerndsten verpflichten. Die große Loslösung kommt für solchermaßen gebundene plötzlich, wie ein Erdstoß. Die junge Seele wird mit einem Male erschüttert, losgerissen, herausgerissen. Sie selbst versteht nicht, was sich begibt. Ein Antrieb und Andrang waltet und wird über sie Herr wie ein Befehl. Ein Wille und Wunsch erwacht, fortzugehen, irgendwo hin, um jeden Preis. Eine heftige, gefährliche Neugierde nach einer unentdeckten Welt flammt und flackert in allen ihren Sinnen. Lieber sterben, als hier leben. So klingt die gebieterische Stimme und Verführung. Und dies hier, dies Zuhause, ist alles, was sie bis dahin geliebt hatte. Ein plötzlicher Schrecke und Argwohn gegen das, was sie liebte. Ein Blitz von Verachtung gegen das, was ihr Pflicht hieß. Ein aufrührerisches, willkürliches, vulkanisch stoßendes Verlangen nach Wanderschaft. Fremde, Entfremdung, Erkältung, Ernüchterung, Vereisung. Ein Hass auf die Liebe. Vielleicht ein tempelschänderischer Grill und Blick rückwärts. Dorthin, wo sie bis dahin anbetete und liebte. Vielleicht eine Glut der Scham über das, was sie eben tat. Und ein Frohlocken zugleich, dass sie es tat. Ein trunkenes, inneres, frohlockendes Schaudern, in dem sich ein Sieg verrät. Ein Sieg? Über was? Über wen? Ein rätselhafter, fragenreicher, fragwürdiger Sieg, aber der erste Sieg immerhin. Dergleichen Schlimmes und Schmerzliches gehört zur Geschichte der großen Loslösung. Sie ist eine Krankheit zugleich, die den Menschen zerstören kann, dieser erste Ausbruch von Kraft und Wille zur Selbstbestimmung, Selbstwertsetzung, dieser Wille zum freien Willen. Und wie viel Krankheit drückt sich an den wilden Versuchen und Seltsamkeiten aus, mit denen der Befreite, Losgelöste sich nunmehr seine Herrschaft über die Dinge zu beweisen sucht. Er schweift grausam umher mit seiner unbefriedigten Lüsternheit. Was er erbeutet, muss die gefährliche Spannung seines Stolzes abbüßen. Er zerreißt, was ihn reizt. Mit einem bösen Lachen dreht er um, was er verhüllt, durch irgendeine Scham geschont findet. Er versucht, wie diese Dinge aussehen, wenn man sie umsieht, wenn man sie umkehrt. Es ist Willkür und Lust an der Willkür darin, wenn er vielleicht nun seine Gunst dem zuwendet, was bisher in schlechtem Rufe stand, wenn er neugierig und versucherisch um das Verbotenste schleicht. Im Hintergrunde seines Treibens und Schweifens, denn er ist unruhig und ziellos unterwegs wie in einer Wüste, steht das Fragezeichen einer immer gefährlicheren Neugierde. Kann man nicht alle Werte umdrehen? Und ist gut, vielleicht böse? Und Gott nur eine Erfindung und Feinheit des Teufels? Ist alles vielleicht im letzten Grunde falsch? Und wenn wir Betrogene sind, sind wir nicht eben dadurch auch Betrüger? Müssen wir nicht auch Betrüger sein? Solche Gedanken führen und verführen ihn immer weiter fort, immer weiter ab. Die Einsamkeit umringt und umringelt ihn, immer drohender, würgender, herzzuschnürender, wie ne furchtbare Göttin und Mater Säva Cupidinum. Aber wer weiß es heute, was Einsamkeit ist? 4. Von dieser krankhaften Vereinsamung, von der Wüste solcher Versuchsjahre ist der Weg noch weit, bis zu jener ungeheuren, überströmenden Sicherheit und Gesundheit, welche der Krankheit selbst nichts entraten mag, als eines Mittels und Angelhakens der Erkenntnis, bis zu jener reifen Freiheit des Geistes, welche ebenso sehr Selbstbeherrschung und Zucht des Herzens ist, und die Wege zu vielen und entgegengesetzten Denkweisen erlaubt, bis zu jener inneren Unfähigkeit und Verwöhnung des Oberreichtums, welche die Gefahr ausschließt, dass der Geist sich etwa selbst in die eigenen Wege verliere und verliebte und in irgendeinem Winkel berauscht sitzen bleibe, bis zu jenem Überschuss an plastischen, ausheilenden, nachbildenden und wiederherstellenden Kräften, welcher eben das Zeichen der großen Gesundheit ist, jener Überschuss, der dem freien Geiste das gefährliche Vorrecht gibt, auf den Versuch hin, Leben und sich dem Abenteuer anbieten zu dürfen, das Meisterschaftsvorrecht des freien Geistes. Dazwischen mögen lange Jahre der Genesung liegen, Jahre voll vielfarbiger, schmerzlich-zauberhafter Wandlungen, beherrscht und am Zügel geführt durch einen zähen Willen zur Gesundheit, der sich oft schon als Gesundheit zu kleiden und zu verkleiden wagt. Es gibt einen mittleren Zustand darin, dessen ein Mensch solchen Schicksals später nicht ohne Rührung eingedenk ist. Ein blasses, feines Licht und Sonnenglück ist ihm zu eigen, ein Gefühl von Vogelfreiheit, Vogelumblick, Vogelübermut, etwas Drittes, in dem sich Neugierde und zarte Verachtung gebunden haben. Ein freier Geist, dieses kühle Wort tut in jenem Zustande wohl, es wärmt beinahe. Man lebt nicht mehr in den Fesseln von Liebe und Hass, ohne Ja, ohne Nein, freiwillig nah, freiwillig fern, am liebsten entschlüpfend, ausweichend, fortflatternd, wieder weg, wieder emporfliegend. Man ist verwöhnt, wie jeder, der einmal ein ungeheures Vielerlei unter sich gesehen hat, und man war zum Gegenstück derer, welche sich um Dinge bekümmern, die sie nichts angehen. In der Tat, den freien Geist gehen nunmehr lauter Dinge an, wie viele Dinge, welche ihn nicht mehr bekümmern. Fünftens, ein Schritt weiter in der Genesung, und der freie Geist nähert sich wieder dem Leben, langsam freilig, fast widerspenstig, fast misstrauisch. Es wird immer wärmer um ihn, gelber gleichsam. Gefühl und Mitgefühl bekommen Tiefe, Tauwinder aller Art gehen über ihn weg. Fast ist ihm zumute, als ob ihm jetzt erst die Augen für das Nahe aufgingen. Er ist verwundert und sitzt stille. Wo war er doch? Diese nahen und nächsten Dinge, wie scheinen sie ihm verwandelt? Welchen Pflaum und Zauber haben sie inzwischen bekommen? Er blickt dankbar zurück, dankbar seiner Wanderschaft, seiner Härte und Selbstentfremdung, seinen Fernblicken und Vogelflügen in kalte Höhen. Wie gut, dass er nicht wie ein zärtlicher, dumpfer Eckensteher immer zu Hause, immer bei sich geblieben ist. Er war außer sich. Es ist kein Zweifel. Und erst jetzt sieht er sich selbst, und welche Überraschungen findet er dabei? Welche unerprobten Schauder? Welches Glück noch in der Mündigkeit, der alten Krankheit, den Rückfällen des Genesenden? Wie es ihm gefällt, leidend stillzusitzen, Geduld zu spinnen, in der Sonne zu liegen? Wer versteht sich gleich ihm auf das Glück im Winter, auf die Sonnenflecke an der Mauer? Es sind die dankbarsten Tiere von der Welt, auch die bescheidensten, diese dem Leben wieder halb zugewendeten Genesenden und Eidechsen. Es gibt solche unter ihnen, die keinen Tag von sich lassen, ohne ihm ein kleines Loblied an den nachschleppenden Saum zu hängen. Und ernstlich geredet, es ist eine gründliche Kur gegen allen Pessimismus, den Krebsschaden alter Idealisten und Lügenbolde, wie bekannt, auf die Art dieser freien Geister krank zu werden, eine gute Weile krank zu bleiben und dann noch länger, noch länger gesund, ich meine gesünder, zu werden. Es ist Weisheit darin, Lebensweisheit, sich die Gesundheit selbst lange Zeit nur in kleinen Dosen zu verordnen. Sechstens. Um jene Zeit mag es endlich geschehen, unter den plötzlichen Lichtern einer noch ungestümen, noch wechselnden Gesundheit, dass dem freien, immer freieren Geiste sich das Rätsel jener großen Loslösung zu entschleiern beginnt, welches bis dahin dunkel, fragwürdig, fast unberührbar in seinem Gedächtnisse gewartet hatte. Wenn es sich lange kaum zu fragen wagte, warum so abseits, so allein, allem entsagend, was ich verehrte, der Verehrung selbst entsagend, warum diese Härte, dieser Argwohn, dieser Hass auf die eigenen Tugenden. Jetzt wagt und fragt er es laut und hört auch schon etwas wie Antwort darauf. Du solltest Herr über dich werden, Herr auch über deine eigenen Tugenden. Früher waren sie deine Herren, aber sie dürften nur deine Werkzeuge neben anderen Werkzeugen sein. Du solltest Gewalt über dein Für- und Wiederbekommen und es verstehen lernen, sie aus- und wieder einzuhängen, je nach deinem höheren Zwecke. Du solltest das Perspektivische in jeder Wertschätzung begreifen lernen, die Verschiebung, Verzerrung und scheinbare Theologie der Horizonte und was alles zum Perspektivischen gehört. Auch das Stück Dummheit in Bezug auf entgegengesetzte Werte und die ganze intellektuelle Einbuße, mit der sich jedes Für, jedes Wieder bezahlt macht. Du solltest die notwendige Ungerechtigkeit in jedem Für- und Wiederbegreifen lernen, Ungerechtigkeit als unablösbar vom Leben, das Leben selbst als bedingt durch das Perspektivische und seine Ungerechtigkeit. Du solltest vor allem in Augen sehen, wo die Ungerechtigkeit immer am größten ist, dort nämlich, wo das Leben am kleinsten, engsten, dürftigsten, anfänglichsten entwickelt ist und dennoch nicht umhin kann, sich als Zweck und Maß der Dinge zu nehmen und seiner Erhaltung zuliebe das Höhere, Größere, Reichere, heimlich und kleinlich und unablässig anzubröckeln und in Frage zu stellen. Du solltest das Problem der Rangordnung mit Augen sehen und wie Macht und Recht und Umfänglichkeit der Perspektive miteinander in die Höhe wachsen. Du solltest, genug, der Freie Geist weiß nunmehr, welchem Du sollst er gehorcht hat, und auch, was er jetzt kann, was er jetzt erst darf. Siebtens. Der Gestalt gibt der Freie Geist in Bezug auf jenes Rätsel von Loslösung sich Antwort und endet damit, indem er seinen Fall verallgemeinert, sich über sein Erlebnis also zu entscheiden. Wie es mir erging, sagt er sich, muss es jedem ergehen, in dem eine Aufgabe leibhaft werden und zur Welt kommen will. Die heimliche Gewalt und Notwendigkeit dieser Aufgabe wird unter und in seinen einzelnen Schicksalen walten, gleich einer unbewussten Schwangerschaft, lange bevor er diese Aufgabe selbst ins Auge gefasst hat und ihren Namen weiß. Unsere Bestimmung verfügt über uns, auch wenn wir sie noch nicht kennen. Es ist die Zukunft, die unserem Heute die Regel gibt. Gesetzt, dass es das Problem der Rangordnung ist, von dem wir sagen dürfen, dass es unser Problem ist, wir freien Geister. Jetzt, in dem Mittage unseres Lebens, verstehen wir erst, was für Vorbereitungen, Umwege, Proben, Versuchungen, Verkleidungen das Problem nötig hatte, ehe es vor uns aufsteigen durfte und wie wir erst die vielfachsten und widersprechendsten Not- und Glücksstände an Seele und Leib erfahren mussten, als Abenteurer und Weltumsegler jener inneren Welt, die Mensch heißt, als Ausmesser jedes Höher- und Übereinander, das gleichfalls Mensch heißt, überall hin dringend, fast ohne Furcht, nichts verschmähend, nichts verlierend, alles auskostend, alles vom Zufälligen reinigend und gleichsam aussiebend, bis wir endlich sagen durften, wir freien Geister, hier ein neues Problem, hier eine lange Leiter, auf deren Sprossen wir selbst gesessen und gestiegen sind, die wir selbst irgendwann gewesen sind, hier ein höherer, ein tieferer, ein unter uns, eine ungeheure lange Ordnung, eine Rangordnung, die wir sehen, hier unser Problem. Achtens. Es wird keinem Psychologen und Zeichendeuter einen Augenblick verborgen bleiben, an welcher Stelle der eben geschilderten Entwicklung das vorliegende Buch gehört oder gestellt ist. Aber wo gibt es heute Psychologen? In Frankreich, gewiss. Vielleicht auch in Russland. Sicherlich nicht in Deutschland. Es fehlt an Gründen, weshalb sich dies die heutigen Deutschen sogar noch zur Ehre anrechnen könnten. Schlimm genug für einen, der in diesem Stücke undeutsch geartet und geraten ist. Dies deutsche Buch, welches in einem weiten Umkreis von Ländern und Völkern seine Leser zu finden gewusst hat, es ist ungefähr zehn Jahre unterwegs, und sich auf irgendwelche Musik und Flötenkunst verstehen muss, durch die auch spröde Ausländeruhren zum Horchen verführt werden. Gerade in Deutschland ist dies Buch am nachlässigsten gelesen, am schlechtesten gehört worden. Woran liegt das? Es verlangt zu viel, hat man mir geantwortet. Es wendet sich an Menschen ohne die Drangsal grober Pflichten. Es will feine und verwöhnte Sinne. Es hat Überfluss nötig, Überfluss an Zeit, an Helligkeit des Himmels und Herzens, an Ozeum im verwegensten Sinne. Lauter gute Dinge, die wir Deutschen von heute nicht haben und also auch nicht geben können. Nach einer so artigen Antwort rät mir meine Philosophie, zu schweigen und nicht mehr weiterzufragen. Zumal man in gewissen Fällen, wie das Sprichwort andeutet, dadurch Philosoph bleibt, dass man schweigt. Nizza im Frühling 1886 Jürgen 2028 Und ob jetzt ein allergelles